Heute sind wir auf dem kostenlosen Stellplatz in Sherweng, Frankreich. Hallo und willkommen. Ich bin Freisteh-Heidi. Der Platz liegt direkt an der D779 Richtung A75 bei Molins. Es ist ein kleines gepflegtes Gelände. An der Straße ist die Fähr- und Entsorgung am Ortsende ausgeschildert. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt Mülleime, Strom gegen Gebühr und eine Fähr- und Entsorgung. Direkt angrenzend ein großer LKW-Parkplatz. Hier haben auch große Fahrzeuge reichlich Platz. Direkt vor der Haustür ein paar Geschäfte, Restaurant. Es ist ein ländlich geprägter kleiner Ort. Verlaufen kann man sich hier nicht. Ein Bach fließt durch den Ort. Hier die Hauptstraße. Richtung Norden ist am Ortsende der Stellplatz. Die Fahrt geht weiter. Der große Parkplatz ganz einfach anzufahren. Für uns sehen! Danke für den Besuch. Ich hoffe es hat gefallen. Adios. Goodbye.